Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Wir schauen uns heute die Explorer Kinder GPS Uhr an. Das ist dieses hübsche Teil hier. Die kam dieses Jahr im März 2018 neu auf den Markt. Wir werfen heute einen ersten Blick auf die Kinderuhr, was sie alles kann, in welchen Varianten es sie gibt und natürlich schlussendlich, wie die Uhr an für sich aussieht. Das alles jetzt bei uns im Unboxing. Verpackungstechnisch hat man sich bei der Explorer Kinder GPS Uhr dafür entschieden, das Ganze länglich in einer Hartkartonage zu verpacken. Auf der Front schon mal hier der Werbespruch Just Experience. Dann daneben ein Schmetterling. Dann auf den Seiten gibt es einige Features, die die Uhr bietet, nämlich Touchbedienung, Telefonie und noch viele weitere Features. Ansonsten ist dann die Verpackung relativ dezent gehalten. Auf der Rückseite gibt es dann wieder den üblichen rechtlichen Hinweis. Aber ich würde sagen, packen wir das gute Stück einfach mal aus, denn darum geht es ja in diesem Video hier. Einfach nach oben abgezogen, hat man dann einen Blick auf die neu erworbene Kinder Smartwatch. Die sieht so aus. Wir haben jetzt hier die Variante mit orangenem Gehäuse und dunkelblauen Armbändern. Es gibt noch zwei weitere Farbvarianten, nämlich für die Mädels bei euch zu Hause eine Variante mit weißem Lünett und pinkem Armband und eine etwas neutralere mit einem blauen Lünett-Farbton als auch dann mit einem grünen Armband. Also da sollte für jeden die richtige Farbe dabei sein. Auf die Uhr kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Schauen wir uns an, was sonst noch hier im Lieferumfang ist. Die Uhr ist auf jeden Fall gepolstert hier drin gelagert. Sieht man sehr schön am Schaumstoff hier. Dann im unteren Bereich, im doppelten Boden, wie ich immer zu sagen pflege, gibt es dann ein kleines Zubehörpaket. Da ist dann dabei hier eine Ladestation. Man hat sich dann also bei der Explorer dazu entschieden, die Uhr mit einer kleinen Ladestation auszustatten. Das Ganze wird dann einfach unter die Uhr geklemmt und dann mit dem entsprechenden USB-Kabel, was sich ebenfalls im Lieferumfang befindet, dann geladen. Weiterhin ganz unten in der Schachtel, da sind dann noch eine kurze Anleitung, so ein Quickstart-Guide dabei. Also alles, was man benötigt, um sofort mit der Kinder-Smartwatch loszulegen. Ausgepackt sieht die Explorer-Kinder-GPS-Uhr dann so aus. Man setzt hier wie angesprochen auf eine eckige Lunette. Das Ganze ist ein 1,3 Zoll groß OLED-Touch-Display, sprich kindgerechte Bedienung. Steht hier auch im Fokus per Touch oder wahlweise mit den beiden Schaltern an den Seiten. Das ganze Display ist mehrfarbig, das heißt auch hier wurde dann auf eine kindgerechte Darstellung geachtet. Interessant ist auch, das Gewicht der Uhr beträgt knapp 50 Gramm, das heißt, das ist relativ leicht. Der integrierte Akku mit 380 mAh schafft dann circa bei normaler Benutzung zweieinhalb Tage. Wenn ihr viel telefoniert mit der Uhr, was mit der Uhr kein Problem ist, denn sie verfügt über einen Nano-SIM-Karten-Slot, dann reicht der Akku für eine Dauergesprächsdauer von knapp eineinhalb Stunden. Wahlweise ist es natürlich abhängig von eurer Nutzungsintensität, wie lange der Akku reicht oder wie schnell er verlehrt und die Uhr dann wieder ihre kleine Dockingstation an die Steckdose muss. Ja, da man mit der Uhr entsprechend auch dann telefonieren kann, ist sowohl ein Lautsprecher als auch ein Mikrofon integriert. Ihr könnt eurem Kind außerdem Textnachrichten schicken, die dann auf dem Display angezeigt werden. Wir haben hier auf der Rückseite, wenn man den Kleber hier mal abzieht, dann einen Blick auf den Nano-SIM-Karten-Slot. Der befindet sich hier unter dieser Klappe. Ich zeige das gerade mal, kann man einfach rausheben. Zack, so sieht das Ganze aus. Hier kommt dann entsprechend eure SIM-Karte rein. Wenn ihr euch unsicher seid, was für eine SIM-Karte ihr jetzt da benutzen sollt, dann schaut am besten mal bei uns auf smartwatch.de vorbei. Da findet ihr auch Informationen dann zu diversen Verträgen und Tarifen dazu. Man hat auf der Rückseite außerdem hier einen Blick auf natürlich dann die Ladepins. Das sind diese hier. Da kommt dann die kleine Dockingstation zum Einsatz. Die knallt man dann da drauf. Zack, ist magnetisch. Dann ist die Uhr fixiert. Hier drüben kommt das USB-Kabel rein und dann lädt die Uhr. Anhand eines LED-Signals sieht man dann, wenn die Uhr lädt oder wenn sie dann wieder voll ist. Interessant an der Uhr ist auch, ich mache gerade mal die SIM-Kartenabdeckung wieder rein. Die wird einfach reingeklemmt. Zack, schon ist sie wieder drin. Die Uhr verfügt dann auch über zwei Tasten, nämlich über eine SOS-Taste auf dieser Seite hier, als auch über einen An-Taster auf dieser Seite hier. Das heißt, ihr könnt hier auch wahlweise in das Smartwatch dann Kontakte hinterlegen, die, wenn sich das Kind in Gefahr fühlt, angerufen werden. Im Idealfall ist das die Mutter oder der Vater. Wahlweise werden noch zwei weitere Kontakte von den zwölf kontaktiert. dass das Kind eben die SOS-Taste gedrückt hat. Daneben bietet die Uhr dann auch noch verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel den Nachrichtenversand. Ihr könnt Textbenachrichtigungen versenden. Es gibt einen integrierten Wecker. Ihr könnt eurem Kind zum Beispiel auch Terminerinnerungen natürlich auf die eigentliche Smartwatch schicken. Ja, was soll ich noch groß zu dieser interessanten Kinder-Smartwatch sagen? Es verfügt über zwei Gigabyte internen Speicher. Also auch hier sollte für den Anfang der Speicherplatz mehr als ausreichen, dass ihr mit eurem Kind da, wenn es alleine unterwegs ist, kommunizieren könnt. Das wäre es soweit mal mit unserem kleinen Unboxing zur Explorer-Kinder-GPS-Uhr. Wenn ihr mehr zu dieser Uhr erfahren möchtet, dann schaut auf smartwatch.de vorbei. Link dazu gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.